Hallo und guten Tag, mein Name ist Tane May, ich bin Bereichsleiterin Kommunikation bei der DENA. Herzlich willkommen zum DENA Energiewende Kongress, zwei sehr spannenden Tagen rings um die integrierte Energiewende. Ich freue mich ganz besonders auf die Diskussion am Nachmittag des ersten Konferenztages im Modul Gebäudeoffensive, Gesetze, Gipfelgeld und was will der Verbraucher. Da wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wollen wir künftig wohnen und wie bringen wir die Anforderungen und die Ziele, die wir in Energiewende und Klimaschutz vereinbart haben und umsetzen wollen, in Einklang mit unseren Ansprüchen und Wünschen an das Wohnen. Der DENA Energiewende Kongress ist nicht nur angefüllt mit vielen spannenden Modulen und Panel-Diskussionen, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken. Dafür haben wir ganz besonders ein eigenes Format kreiert, das Matchmaking, zu dem sich interessierte Teilnehmer direkt bei uns anmelden können. Und ein kleines weiteres Event haben wir speziell für Frauen vorgesehen am zweiten Konferenztag in der Mittagspause. Beim Women's Lunch wollen wir uns mit Macherinnen der Energiewende austauschen, was ihre besonderen Ansätze und Herausforderungen sind im Rahmen der Energiewende. Kommen Sie zum DENA Energiewende Kongress am 26. und 27. November in Berlin. Wir freuen uns sehr auf Sie.